Wer glaubt, hier Snow Whites Geschichte zu sehen, der erfahre, was vor der Geschichte geschehen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr, meine Königin, aber nicht mehr lange. Eure Schwester trägt ein Kind, das eines Tages schöner sein wird als ihr. Doch bedenkt, wenn ihr dem Kind Leid antut, wird eure Schwester eine auf der Welt bislang ungekannte Macht entfesseln. Um dem Schmerz über ihren Verlust zu entfliehen, errichtete die gute Königin eine Festung aus Eis um ihr Herz. Anstelle eines Kindes zog sie nun eine Armee heran. Ihr werdet trainieren. Ihr werdet meine Huntsmen. Guter Schuss. Du magst stark sein, doch du musst noch sehr viel lernen, kleine Schwester. Das ist mein Königreich. Hast du etwas gesagt? Mit der Macht des Spiegels beherrsche ich die Welt. Seine Macht ist zu gefährlich für diese Welt. Wir müssen ihn zerstören. Gemeinsam. Was hast du vor? Den Helden spielen, der den Spiegel zerstört? Und das ganze Königreich rettet? Ja, so in etwa. Bist du bereit, Huntsman? Ja. 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 Ich bin stärker als du. Wollen wir es herausfinden? The Huntsman and the Ice Queen. Die Geschichte vor Snow White. Die Welt braucht den X-Men. Das ist das, warum ich hier bin. Die Krieg. Nicht alle können unsere Macht. Dann nicht. Das ist Krieg. Alles, was sie gebaut haben, wird fallen. Und aus den Händen der Welt, wird eine bessere Welt gebaut werden. Vielen Dank.